Hallo Leute, ich bin der Genkiller und heiße euch herzlich willkommen zu einem Case Opening. Da heute mein Geburtstag ist, dachte ich mir, ich mach mal wieder ein Case Opening und das Ganze kommentiere ich jetzt nach, da bei der Liveaufnahme ich einfach zu verhaspelt oder mich zu oft verhaspelt hab und paar Sachen ausprobiert hab, die nicht funktioniert hab, die hab ich jetzt alle rausgeschnitten, um das Video dann irgendwie von 10 Minuten auf, ich glaub 3,5 Minuten oder 2,5 Minuten runterzuschneiden. Und ja, wie sicherlich schon gehört habt oder einige von euch bemerkt haben, hab ich heute Geburtstag und dachte mir, ich mach dann mal ein paar Keys auf und ich werde hier die Operation Breakout Kisten beide nicht aufmachen, die beiden Keys nicht benutzen, sondern die anderen 5 Keys hier benutzen und ja, es kam oder was rauskommt, seht ihr dann halt im Hintergrund und ich möchte mich bei den Leuten, die mir gratuliert haben auf Facebook oder auf anderen sozialen Medien, die bis jetzt eigentlich nur auf Facebook, recht herzlich bedanken dafür, dass ihr mir zum Geburtstag gratuliert habt, aber nicht nur dafür, dass ihr mir zum Geburtstag gratuliert habt, sondern auch, dass ihr dieses Case Opening möglich gemacht habt, denn diese ganzen Case Opening sind nur möglich durch die ganzen, durch das Geld, was ich durch G2A eingenommen hab. Ich hab ja einmal dieses Video aufgenommen mit dem zufälligen CSGO Keys oder mit dem random CSGO Keys. Hier ist mir einfach ein Bug aufgefallen, man könnte einfach irgendwie Rechtsklick gegen sich halt auswählen, da dachte ich mir Schlüssel benutzen, krieg ich halt ein Gratis-Spin, ist leider nicht so. Nachher hab ich das halt nochmal versucht, weil ich hab gedacht, so, wenn man sieht, aha, man bekommt Scheiße, macht man einfach einen Rechtsklick und öffnet die Kiste nicht und, ähm, dann hab ich aber mein Item nicht bekommen, weswegen ich am Anfang Schiss hatte, sieht man vielleicht auch im Hintergrund, aber wenn man dann die nächste Key benutzt, bekommt man auch das, was man davor halt hatte. Ähm, nur so kleine Info, weswegen ich manchmal im Hintergrund so ein bisschen, äh, anhalte oder stocke. Hier zum Beispiel wird man das gleich sehen, ich werde halt auf Schlüssel benutzen drücken, versuch dann halt über dieses Rechtsklick, weil ich gesehen hab, aha, ich bekomm nichts Gutes, hab gedacht, ich bekomm dann halt beim nächsten Mal was Besseres. Hier sieht man, aha, ich krieg das, mach dann das. Und dann dachte ich mir so, hm, wenn ich jetzt aufs X drücke, was passiert? Und jetzt sieht man, der Key ist weg, aber ich hab keine Waffe dazu bekommen, weswegen ich halt ein bisschen verwirrt war, das nur zur Erklärung, aber wenn ich den nächsten, äh, Schlüssel benutze, hab ich dann die Waffe auch im Inventar, also keine Angst, ich hab kein Skin verschwendet. Und wo war ich von stehen geblieben? Genau, das Ganze ist halt nur durch euch möglich, da ihr mir, ähm, wie gesagt, immer über mein G2A ein paar Leute gekauft haben, ähm, konnte ich die ganzen Keys hier rausholen, hab schon ein bisschen Geld halt damit, äh, machen können und, ähm, ich könnte mir, glaub ich, noch zwei, drei Keys gerade rausholen, ähm, aber ich warte lieber noch was ab, da ich ja gemerkt hab, dass man die ganzen, ähm, Rabattcodes immer nur einmal benutzen kann, warte ich halt jetzt immer ab und hol direkt so fünf Stück raus und werde auch in Zukunft halt immer versuchen, so, ähm, fünf Stück pro Video aufzumachen, das heißt, in Zukunft, ähm, werde ich halt wieder oder immer noch Case Opening machen, aber dann auch immer fünf Stück und das alles halt dank euch gesponsert, auch unter diesem Video, beziehungsweise fast unter jedem Video von mir ist dieser G2A Rev-Link, ähm, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, ihr könnt auf diesen Link drücken und wenn ihr dann auf G2A euch Computerspiele, Playstation-Spiele, Xbox-Spiele, ähm, da kauft, über diesen Link, dann bekomm ich, ähm, etwas Geld davon ab, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, ähm, in der Regel ist das irgendwie, pro Einkauf krieg ich irgendwie zehn Cent oder so, wenn ihr da auch paar Keys kauft, da könnt ihr auch übrigens Keys günstig kaufen, ich glaub, ich hab, der teuerste Key war hier 1,70, glaub ich, oder 1,72 und im Store kosten die ja 1,22 oder so, wenn ihr die direkt ingame kauft, aber so zahlt ihr nur 1,70, 1,60 pro Keys mit Rabattcode, zahlt ihr sogar, ich glaub, 1,55 war das günstige, was ich, äh, bezahlt habe und dann bedanke ich mich auch recht herzlich für den ganzen Support und, ähm, nach der EM werden wahrscheinlich ein paar mehr Videos kommen, wie schon auf Facebook angekündigt, diesmal aber keine CSGO-Videos, das momentan keinen Bock macht, vor allem da jetzt Summer Sale ist, wenn die Cheater noch höher wachsen, ich werde wahrscheinlich wieder mit Tipps und Tricks zu anderen Spielen anfangen, dann vielen Dank fürs Zusehen und ciao!